Besser als nichts, ne? Aber ja, muss es sein. Das klang so wie ein toller Skullover, Alter. Haya, weiße Abwehr. Ja. Ja? Ja. Ja. Ich hab den Generator gesehen. Hey, hey, das war's jetzt, Jungs. Ich hab sie gesehen, ich hab den Keller gesehen, ich hab den Killer gesehen, ich hab mein Leben gesehen. Ich, nein! Du musst bei mir. Sie hört mich nie. Sie hört mich nie. Pass auf, Jungen. Ich seh's. Ja, was jetzt, Jungen? Keine Sorge. Ist das eine Taschenlampe? Verdammt! Versuch mal gaaaanz nah an den Schein, aber was falsch. Ah! Renn, 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 renn! Was tust du, Junge? Renn. Stolt! Was? Ah, verdammt die Scheiße. Ah. Ne, geh, ich hab'n Perp. Ich hab'n Perp, ich hab'n Perp, irgendwo. Ja, aber ich bin klar. Heil mich doch zu Ende, du Spas! Okay, ich schaffte's schon selber... Was? Nein! Wann geht's nicht? Ich hätte mir den Pirk nochmal anschauen sollen. Ja. Jetzt verstehe ich, was gerissen das Fleisch ist. Ich kann nur einmal... Ja, ganz angenehm. Ja, das ist der Fall. Ich dachte, ich könnte... Das merkt niemanden. Oh mein Gott, Ying. Verdammt, auf einmal guckt sie in die Mitte. Hier ist sie. Der Maus. Alter. Du hast doch geliebte Zeit, let's go. Gruß rein und Gruß raus. Ich gruß dich rein und gruß wieder raus. Keine Spuren hinter. Oh. Wow. Was? Die findet dich nie. Oh my way. Bei Wolfig steht ein Liter, kaufe ich gleich zehn Liter sauberes Wasser in Afrika. Jüng, das macht keinen Sinn. Okay, oder hier. Verbesserter Zugang zu sauberen Wasser ist gleich mehr Zeit zum Schwelen. Jüng, das macht keinen Sinn. Dann frag ich mich auch. Ich verklag dich. Nee, nee, jetzt antworten sie so wie bei diesem Panther, weil du sagst, hast du mit den Antworten ja oder nein oder mir egal geantwortet? Dann bist du genau richtig. Hier steht. In vielen Ländern müssen Kinder weite Wege gehen, um sauberes Wasser zu holen. Wertvolle Zeit, in der sie nicht Kind sein können. Deswegen setzt Wolfig seine internationales elfjähriges Engagement mit UNICEF fort. Und den Zugang zu Wasser zu verbessern. Erfahren sie mehr auf der Seite. Ich kann nie über was drüber scuffen, wenn's drauf ankommt. Ich sehe euch. Ich liebe sie. Lass dich in Ruhe. Bist du? Ah, das hat er da, ne, angegriffen. Ach, wen juckt den Schwung? Ich hab'n Generator instant fertig gemacht. Was darf ich denn? Hinter dir. Das ist mein Gena! Hilf mir! M'lady! Verpiss dich, Junge! Gelähne Zeit! Ich hab' so'n Pech! Du, 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 du. NICHT! Junge, ich hab' so'n Pech! Da wirst du mich gesaved. Genau, dieses Fenster. Der Hauptgarit hat verfehlt! Hä, was? Hä? Hat sich laut und aktiviert, what the fuck! Wer weiß... Jings, komm doch einfach her! Ja, der ist da! ja, oh, Sprintpost war vergessen Er ist doch bei der Anderen NIEMAILZ! Wuss auf, wegen Bernfall Oh, naaaass Es ist einigermaßen gut gelaufen Jüngich, ich bin grad mit Dom, mit x2 Sprint einfach wettgesprinnt Alte Adrenalin, das ist halt ein echt guter Peer Ich hab noch mein Alex Werkzeug aus, um das zu sagen Jüngich, helft mir! Wie? Ja Ja NANI Jetzt hab ich ihn Oh, er ist weg Nein, ich will nicht zu Hackflash verarbeitet werden Ich bin im Ausgang, wenn ihr mich sucht Ah, der ist ja schon offen, der Ausgang Fuck Jüngich 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 Wundervollen Part von Depper Daylight Und Willst du noch irgendwas am Ende sagen? Jüng snippet Ou Jüngich Jüngich Either B replacing Jüngich Jüngity Untertitelung des ZDF, 2020